Tipp 9. Mache dir den Lernstoff interessant. Dein Gedächtnis streikt, wenn du ihm signalisierst, dass du kein Interesse am Lernstoff hast. Es gewährt nur solchen Informationen Zutritt, denen du persönlich Bedeutung beimisst und wirft auch gerne wieder Informationen raus, die du als langweilig einordnest. Natürlich fehlt dir das Lernen bei einem netten und unterhaltsamen Lehrer leichter und auch nicht jeder Lernstoff liegt dir gleichermaßen. Doch Ausreden gelten hier nicht. Nur du bist für dein Interesse verantwortlich, weder deine Lehrer noch deine Eltern. Oft kommt das Interesse schließlich mit dem Lernerfolg. Wer erfolglos ist, hat selten Spaß an einer Sache. Erfolg kannst du aber nur dann haben, wenn du mit Interesse und guter Laune an die Arbeit gehst. Mach es dir deshalb nicht unnötig schwer, sondern überlege, was du tun kannst, um dein Interesse zu wecken. Die folgenden Tipps sollen dir dabei helfen. 1. Beantworte dir die Frage, warum ist der Lernstoff uninteressant? Da das Wort Langeweile ziemlich schnell gesagt ist, solltest du dir immer die Mühe machen, zu hinterfragen, warum dich der Schulstoff anödet. Selbst wenn du keinen Gefallen an der Geschichte in Deutsch, der Rechenaufgabe in Mathe oder dem aktuellen Thema in Sachkunde findest, sollte dich aber immer interessieren, warum dies so ist. 2. Rede und diskutiere über den Lernstoff Erzähle deinen Eltern, Großeltern oder anderen ehemaligen Schülern von den Lerninhalten. Auch sie haben während ihrer Schulzeit bestimmt hin und wieder gegen Desinteresse ankämpfen müssen und können dir mit Sicherheit einen guten Tipp geben, wie du dein Interesse wecken kannst. Vielleicht erfährst du während der Diskussion den Sinn und die Bedeutung des momentan noch ungeliebten Schulstoffs. 3. Lerne mit Freunden Wie du bereits beim Tipp 7 erfahren hast, ist das gegenseitige Erklären des Lernstoffs eine sehr gute Strategie, um Lernstoff zu verstehen und zu behalten. Außerdem macht das Lernen so nicht nur Spaß, ihr könnt euch auch gegenseitig anspornen und überlegen, wie ihr gemeinsam euer Interesse wecken könnt. Weitere Anregungen dazu erhältst du bei Tipp 28. 4. Besorge dir zusätzliche Informationen Wenn dich die vorhandenen Lernmaterialien nicht ansprechen oder dir das Unterrichtsthema nicht ausreichend veranschaulicht wird, dann verschaffe dir zusätzliche Informationen. Dazu kannst du zum Beispiel eine Stadtbücherei aufsuchen, ein Museum besuchen, einen passenden Kino- oder Fernsehfilm anschauen oder im Internet recherchieren. Und 5. Wenn gar nichts geht Sprich mit deinen Eltern über eine Nachhilfe Hole dir Hilfe, bevor dir der Spaß am Lernen gänzlich vermiest wird oder du gar den Anschluss an dem aktuellen Lernstoff verlierst. Werde dabei selbst aktiv und teile deinen Eltern mit, in welchem Fach und bei welchen Inhalten du Unterstützung benötigst. Je eher du Lücken schließt, desto besser. Natürlich kannst du zum Thema Nachhilfe auch deine Lehrerin oder deinen Lehrer ansprechen. Sie können in der Regel sehr gut einschätzen, ob dir eine solche Unterstützung hilft und wenn ja, kennen sie häufig gute Schüler aus höheren Jahrgangsstufen, die dir besser und schneller helfen können als teure Nachhilfeschulen. Mache dich also selbst auf den Weg, den Teufelskreis der Lustlosigkeit zu durchbrechen. Und denke daran, beim Lernen und Verstehen kommt das Interesse. Je mehr du weißt, umso eher kannst du auch Freude daran entwickeln. Also nimm dir Zeit, in das Thema einzutauchen.